Hier ist GardenVideo.com, mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute im Garten von David Austin Roses in Albrighton, Bosco Bell. Die Neuheit von David Austin 2012, die Sorte ist mir schon extrem positiv aufgefallen, Ende Mai 2012 in der Chelsea Flower Show mit den riesigen, großen Blüten und mit dem fruchtigen Geschmack. Hier jetzt auch im Garten im Sommer 2012 von David Austin, positiv, wir haben auch ein Video gedreht. Im Kübel ist eine Rose, die sehr vielseitig verwendbar ist, hier als Beetrose, als Strauchrose, sie wird längerfristig noch etwas höher und auch im Kübel als Terrassenrose. Schauen Sie sich diese leuchtende, fruchtige Farbe ein von Rosa, Apricot, Piasich, alles beieinander und man meint den fruchtigen Duft fast zu spüren. Sehr schön auch die Knospen, die dann die riesigen Blüten rechts, links, oben begleiten. Eine richtig voluptiöse Rose, eine Rose des Überflusses, des Genusses, des Luxus auch. Sicher in den letzten paar Jahren eine der schönsten Rosen, die nahe von David Austin Roses gezüchtet worden ist. Jetzt unscharf, auch so aber die Farbe sehr schön, dann jetzt gegen das Licht fotografiert, wunderschön im Abendlicht in Mittelengland. Und die letzte Rose, und nochmals wunderschön rot, gefüllt mit Dutzenden von Blütenblättern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.